ich begrüße euch zum neuen MP was einfach noch mal zu zwischendurch kommt wenn mir lustig ist super quake box dieses spiel ist so hiellos ist schon Spaß macht wenn der Ziel des Spiels ist es das Ziel des Spiels ist es die Kisten hier einzusammeln und für die Kisten wir kommen den Waffen mit denen wir halt diese komischen aliens abknallen können und für jede Kiste die beeinsammeln gibt es Punkte wir sind One-Hit tot wir haben zwei Kisten eingesammelt das heißt zwei Punkte mein bestes Level 27 und öfters bekommen wir ja eine neue Waffe da ist schon der Anzahl von Kisten in diesem Fall habe ich gerade einen Katana bekommen ich habe es ja schon angefangen ich bin zweimal flöschen gegangen aber es löscht einfach nicht ist das Katana jetzt ah ja einfach mal sinnlos ja ich komme die Katana sowas von klar unser Charakter erinnert sich einfach immer was ich eigentlich mal ganz nett finde und wir müssen in jeder Welt 40 Punkte erreichen und schalten wir irgendwie so einen neuen Modus frei ich weiß nicht selbst nicht was das ist mein höchstes war ja selbst nur 22 oder 27 keine Ahnung und wenn die grünen Gegner in die Lava da unten ins Feuer da unten fallen wenn sie schneller und tüten es wird es bestimmt noch schneller als die Station tun na man ja das wird ein Langeweile Projekt wenn ich das jetzt mache ich nenne es Langeweile Projekt weil ich es einfach nur aus Langeweile habe und es gestern gefunden habe ich hab's bloß noch eine halbe Stunde gespielt und dann habe ich mir überlegt mindestens doch mal auf wow nein nein fall nicht rein gut denn wenn sie schnell sind ist das richtig fies und ich komme nicht die Kiste da hoch ja die Waffe die betreuen es ist zufalls bestimmt welche Wache in der Kiste ist hast die Worms zu Worms habe ich mir vielleicht Ausschuss überlegt alles überlegt alles überlegt ach so ähm wird sich das Spiel auch auf Steam holen will es ist free to play Minen und dann sind jetzt ein Speedy der wow ja genau jetzt hat sie gesehen was passiert wenn sie ins Feuer fallen und wir werden in keinem Part nur was erreichen können ich mach's einfach so weil mir lustig ist und tut mir leid bin oft erstmal geschneide kommt gestern ist das Spiel zweimal abgestützt nur das Spiel nicht nicht der Rest ist das ist gut das ist so ja jetzt der Gewäufe entsteckste Waffe die ich bis jetzt habe das ist richtig schlecht ja was soll ich da machen die Desskan mag ich gar nicht ganz die ganz sind selbst töten okay oder so tötet ihn halt so geht's natürlich auch ähm ja könnt mir gerne weil ich kann dieses Let's Play immer gerne aufnimmt wenn ich wenn Thema sprechen soll ihr könnt mir die Themen ja gerne in den Kommentaren schreiben es gibt bestimmt genug Themen oder ich finde immer was oder ihr find immer was das ist ja gesagt ups ja mit dem Minigun kann man sich nicht bewegen was sonst fuck, oh, Powered there außerdem habe ich noch nie jemanden mit dem Minigun äh lauf durch die Gegend gesehen genau, tschuldig geh weg, geh weg oh, ich bin kein Katana ah, fahren sie durch ähm äh, das Katana geht doch ein, wenn man es raus hat oder wenn man es raus hat oder wenn man es raus hat halt so, ne so schreibt mir also einfach nur ein ah fach, zählen nein, ich hatte gerade sie ja, score 40 to anlag SFMT wenn das Spiel gespielt hat ich kann mir gerne sagen was dieses SFMT ist oder oder ja, hier könnt ihr ja, man bin ich glücklich und einfach nur Kisten sammeln geht auch nicht, weil dann werden sie ja schneller da unten ist lustige habe ich auch schon versucht so na, heute kann Katana nicht jetzt das will ich auch nicht, das schüttelt und selber ja, gewollte hat mir zwar gerade erst verlegt aber selbst die großen mit zwei Schüssen hin ah, jetzt habe ich die nicht gesehen, oh Gott so wollen wir jetzt bespringe ich da rein wie viel hatte ich denn hier nicht übertreiben ich habe heute wohl keinen guten one gestern hatte ich einen ach man hier reg ich mich ja nicht auf das ist schön an dem spiel vor wobei ist vielleicht mein mit uns nicht noch mal in die kacke wir kommen ab mit klar ob es und man sich das stift vorher das projekt ansehen ist eigentlich ein endlos projekt man geht doch da schnell höll ich es sogar ich habe auch springen gedrückt ich habe auch springen gedrückt wenn der mit mit ist alles so gut ich bin ich da auch es macht er machen so ach man so ich komme nicht klar mit der materie ich habe nur kurz ausprobiert was ich ja nicht machen gerade so dann spielst du mich mit pfeiltasten und freuen uns auf x hau ab da ok ach man gibts doch nicht soja es könnte langweilig werden in einer zeit bei euch aber ihr müsst es euch ja nicht angucken oder ihr sagt jetzt heben und über die rede ich denn und zocken einfach ne weißt du doch great box ähm oder wenn ich mal einen guten lauf habe könnte ich ja auch mal diesen modus freischalten und jetzt bin ich am arsch ja bin ich wir kommen von da ich habe auch springen gedrückt mal was soll das denn neue waffe äh ok granaten was ist das oh nice oh nicht nice nein ich will keine mininen sind kacke ähm schlitz ich die einfach auf es geht ja nicht darum wie so viel gegner wie möglich auszuschalten es geht darum so viele kisten zu sammeln für free to play macht es eigentlich richtig spaß so weg mit dir man muss ja aber erst ein bisschen damit beschäftigt werden sonst kommt mir da fällt die kacke raus was von mir gotter Fall ist so das war glück gut nein ich bin reingefallen wie fahrt zwölf scheiße nein ja gut eins ist man nur weil ich versuche ihm gute Waffen zu bekommen hau ab ha rück vor Arsch ich will kein katana ja katana erspricht meiner meinung nach meine lieblingswaffe ist immer noch da gewollt wer tschüss ha fucking ich hab doch geschossen was hält so viel aus ja aber kann ich jetzt nichts anfangen genau sehr wohl wohl meine lieblingswaffe und ein chef feiern und alles im one hit und die großen two hits das war 30 ist dann am ob dort ich will messen aber im neuen geht jeder wach mit den gegner zufrieden das war gut und die betriften müsste 440 ist doch insgesamt der neue waffel wenn wir 40 punkte in der runde machen würden ich bin so blöd ey ich bin immer noch eigen das war die einzige waffe die uns selbst töten kann die wir bis jetzt haben das ist die waffe frei so weg damit weg weg war und immer daran denken ihr könnt mit themen schreiben weil ich weiß was gucken erst spulen vorher mag auch ich weiß nicht was ich gerade in der hand habe gewonnen gar weiter ok jetzt habe ich mich ich baller in die wand ich glaube es nicht wer die können solche einfach mal download noch die ich habe dafür eine minute gesessen dass sie download mit man ja auch ja so wollen wir das wenn so nicht dann gar nicht fang das katana ist auch ganz schön stark nein ich würde einfach nur den großen weg haben man braucht halt ein bisschen es geht nach der zeit mit jeder waffe und nicht nur mit dem gewollten besitze das war schlecht in dem worte zahle ist trotzdem scheiß das ist doch scheiße ist vielleicht ein gegner spiel da ist man schossen nicht da okay okay ah mann So Okay, läuft jetzt bis jetzt nochmal Suck Nein! Shit! Okay, das war intelligent für mich Seh ich einen Seh ich einen Oh, ich kann es da oben Oh man, ich hab auch springen geduld Laser Wife Try your openings from a distance Wenn die distance hinzu Buh Okay Ja, genau Einfach meine Waffe ausprobieren Ich bin tot Das ist ein großer Kumpel, ich kann nicht mehr sehen Okay Das war jetzt mal gut Punkte zu holen Die Waffe ist ja ganz nice Ich bin tot Ja, da konnte ich nicht mehr ausweichen Ja, da konnte ich nicht mehr ausweichen Die Waffe ist auch scheiße Das ist nichts ordentliches Das ist nichts ordentliches Das ist schon eher ordentliches Das ist schon eher ordentlich Das kannst du auch in eine Tonne klopfen Das ist ja gar nichts Okay, Katama Ich bin teuer gefallen Mist 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 ey Wie lange müssen wir noch? Ich weiß jetzt nicht, guck mal nach Wenn ich für meine Mausgrabung nicht Wir nehmen wir 15 Minuten auf Und das ist perfekt, dass ich den gestorben bin Und alle laufen nahe total amok Ist egal Game of my best 27 Hocke Damit beende ich die Partie von The Backquake Box Wir sehen uns ja beim nächsten Mal Wenn ihr mir Themen geschrieben habt Weil Ich will das nicht mehr da aufnehmen Weil ich nicht weiß Was ich hier sagen soll Deswegen sage ich Bis bald Und ciao